ein neuer morgen meine lieben freunde schön erst mal gesteckt wir wollten die fassade bauen die fassade und bei ihr fassade da fehlt noch ein bisschen fischsteinholz wie zum beispiel hier ihr fehlt grauer lehm gut zu wissen müssen wir dann noch mal nachhelfen wenn ich die gefängniszeiten ja auch ein bisschen kälter mal kurz was essen jetzt fängt es wieder an mit den essen erst will er nicht und jetzt will er auf einmal wieder zack zack müssen wir mal den da machen zack mal alleine ja noch so mal so und dann hierüber super so hier machen wir dann den da da gibt es dann hier weiter eben sprung gegessen so sind wir schon auf der seite die zweite etage möchte ich jetzt noch nicht drauf ziehen ich fange jetzt erst mal vorne an mit der mit der front mit dem gericht an sich wir sind gleich tot wie ich sehe deswegen verbinden wir das erst mal hier oben und ich kann das wieder in ruhe regenerieren irgendwie nimmt die rüstung keinen schaden warum muss alles gestützt werden hier muss auf jeden fall auch ein tragewagen rüber zack hier fehlt auch noch einer ein skelett oh ein skelett wer traut sich in meiner nähe schlaue skelette guck mal hat mich ja woanders erwartet uh 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 was was gibt es das hallo hier bin ich gibt es das hast du löschen ich schuss muss ich bin jetzt mit 1 screenshot machen aber ich bin gestorben hat mich dann so verstecken zack aber hm 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 warum 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 na second chance los geht's second chance und weiter geht's mit der arbeit hier und hier nicht vergessen second chance na oooook ok wir haben schon wieder kein holz aber wir haben ordentlich nachgepflanzt das kommt uns zugute ok guck mal was wir hier rausbekommen ich tu mal das und das da kann man die setzlinge aufsammeln weißt du da baut er sich auf der 300er da fehlt glas wer hat da glas weggeschlagen wollte sich da jemand in den abgrund stürzen es geht noch weiter nach oben es geht noch viel weiter nach oben das passiert wenn man hier denkt man man baut hier schon mal alles ab aber das war noch gar nicht alles aber wie weit geht das noch oben hier krasser schild so zack und ab dafür wieder runter ich stehe grad bisschen blöd irgendwie so haben wir den nächsten gleich mit ihr dass wir sehen wie viel setzling ist es sind manchmal den da ich glaube das werden über einen stack ich weiß nicht was ich heute mache ich mache nur Mist hier nur Mist war ich nur Mist aber das wird wieder ordentlich Fischtenholz was wir sofort wieder verbraten da tun wir dann noch mal ein bisschen mehr abbauen und das bisschen mehr tun wir dann ins Lager für spätere Projekte weil das Fischtenholz geht bei mir wirklich sehr schnell drauf das ist meist verbaute Holz da muss ich mal umguckt hier ist was liegen hier da Fischtenholz Fischtenholz welches Gebäude ist nicht aus Fischtenholz da ist Fischtenholz drin Fischtenholz da Fischtenholz ja Fischtenholz sogar da ist Fischtenholz und hier unten Zäune Fischtenholz hinten ist die Kawelle Fischtenholz das baue ich nicht aus Fischtenholz alles also dieses Gebäude da da ist aber innen glaube ich hinten dran ist auch Fischtenholz also überall ist Fischtenholz verbaut man kann immer mit einer partiellen Chance davon ausgehen dass irgendwo wo eine Werkbank oder wo eine Truhe steht Fischtenholz verbaut wurde weil die Werkbank kann ja auch das Fischtenholz sein das weiß man nur nicht dort oben ist nämlich noch was da ich weiß was mein Fehler war das war hier noch habe ich was vergessen dort oben da habe ich doch mal in den Laub rein gebaut so meine Setzlinge fliegt kommt zu mir guck mal es sind noch ordentlich Blätter dort oben wir haben jetzt schon 40 41 kann man sagen hoppla da ist noch ein Setzling wir pflanzen natürlich schon mal wieder neue an ich glaube wir müssen das ja wirklich ringsrum mal weg machen zack da wachsen die äh besser das habe ich damals schon den Zordan erklärt ach ne ist Kies Kies ist hier so und hier hinten so habe ich den Erdkrömpel weg gebaut und es wird schon wieder Nacht guck mal so schnell wachsen sie hier zack 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 so schnell geht das eben Freunde ich verabschiede mich von euch mit der schaufelnde Hand guck mal wie schnell es hier geht guck mal wie schnell es hier geht guck mal wie schnell es hier geht geht nicht arg sind irgendwo Monster und Booty ich habe hier auch null ausgeleuchtet fällt mir gerade ein nicht gut ist hier unten drunter Monster irgendwo da zack ist aber schnell schlafen bevor er wieder was spawnt ich habe dort unten anscheinend nicht ausreichend ausgeleuchtet bis morgen auf